Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hör rein, es ist auf mich. Überraschung! Hey, ich dachte, ihr seid in Texas. Ja, wir sind 20 Stunden durchgefahren. Wo kann ich für kleine Mädchen? Hier geht sonst gleich was daneben. Danke für die Info. Den kann ich nirgendwo mit hinnehmen. Christine hat ihre Mom nie kennengelernt. Ich bin adoptiert. Ich hab mich immer gefragt, ob sie mich einfach so weggegeben hat. Dann tu was, du musst deine Mutter finden. Haben Sie Kinder? Karriere. Stressig genug. Für wen soll ich es signieren? Diesen Sommer. Ich bin 16 und das ist mein Leben. Wo willst du hin? Rachel, steig da auf. Gibt es endlich einen Film Egal was zwischen uns war, du bist und bleibst meine Mutter. Für den wichtigsten Menschen im Leben. Wir sind nicht das, wofür die anderen uns halten. Es liegt in unserer Hand, wer wir sind und wen wir an uns ranlassen. Dad! Alles in Ordnung, Dad? Alles gut, nichts passiert. Tanner, nein, 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 nicht! Das ist jetzt schon das vierte Mal.